Superpro Fight Night Basel. Action, Spannung und asiatische Kampfkunst auf Weltklasseniveau. Das Beste der nationalen und internationalen Thai-Box-Szene misst sich in der Sporthalle Pfaffenholz in Basel. Unter anderem verteidigt Lokalmatador Shemsi Bechiri seinen K1-Weltmeistertitel. Die Superpro Fight Night 2 aus Basel. Mittwoch, 19. Oktober, 20 Uhr im Schweizer Sportfernsehen. Die Superpro Fight Night wird präsentiert von Eklüm Studio, Sun Tower, The Sunmaker und Superpro Sportcenter, die Kampfsportschule der Schweiz.